Grüß Gott, mein Name ist Elisa Finke von Mediabrenn TV. Heute geht es mal wieder um das leidige Thema Steuern. Regelmäßig vor den Wahlen werden uns Steuererleichterungen und Vereinfachungen in diesem System versprochen. Schauen wir doch mal, was man auf Münchens Straßen dazu sagt. Wo geht es denn hier nur lang? Im Steuerrecht geht es auch nicht viel anders zu. Hast du keine Orientierung, bist du verloren. Haben Sie einen Steuerberater? Ja, eigentlich schon, weil mein Enkel in der Steuerberater ist. Wozu brauchen Sie einen Steuerberater? Damit wir mehr Zeit zum Shoppen haben. Dankeschön! Weil die Steuergesetze immer komplizierter sind und man kann es alleine nicht mehr machen. Ein Steuerberater? Ja, wer braucht denn keinen Steuerberater? Dem Staat wird ein Haufen Geld geschenkt, weil man sich wiederholen könnte. Ich brauche keinen, das macht alles meine Frau. Also Zahlen reichen mir in meinem Geschäft, da brauche ich einen Steuerberater, der mir den Rest macht. Das möchte ich selber nicht mehr machen. Haben Sie ganz kurz Zeit für mich? Nein, aber ich bin noch am Weg zu meinem Steuerberater. Ich habe kein Geld, ich habe keine Sorgen und ich brauche keinen Steuerberater. Sie scheinen es sehr eilig zu haben. Wo geht es denn hin? Zu meinem Steuerberater. Darf ich fragen, warum? Ja, wegen meiner Existenzgründung und ich brauche da noch ein paar Unterlagen für die Arbeitsagentur, aber ich bin jetzt auch schon spät dran und muss los. Nee, trotzdem vielen Dank für die Zeit. Tschüss! Oh Mann, dieser ganze Papierkram für mich viel zu kompliziert. Ich bin froh, dass ich jetzt hier vor meinem Steuerberater stehe. Der wird mir sicher helfen, dass ich nicht so schnell den Überblick verliere. Wir sehen das so. Steuern zahlen ist Bürgerpflicht. Steuern sparen, das ist Bürgerrecht. Das machen wir für Sie. LBB, die Steuerberatung. Mit Herz und Verstand. München, Pettenkoferstraße 5. Gleich beim Sendiger Torplatz. wird nur noch das Ding, aber auch nicht jedenfalls haben. Das soll als Andreas ein sehr leichter sein.